Willkommen zurück in Saison 2 mit dem AS Monaco und jetzt steht's, Giroud ist da, Brücken Nummer 27, was haben wir noch? Oh, kleiner geht gar nicht, ok. Nehmen wir so hin, er kriegt eine Pressekonferenz, Raphael Varane, ja die Nummer 2 kriegt er, ist auch ok. Raphael Varane, ja auch Pressekonferenz, Lloris die 28, die werden wir dann auf die 1 abändern, ganz klar. Lloris kriegt das Stadion, Mangaladi 29, auch er kriegt eine Pressekonferenz und dann gehen wir mal durch Saisonzies, Qualifikation Meisterliga, konnten wir ja runterhandeln, oh, 4 handeln mussten wir ja nicht. Hauptsponsor, Bonus für internationalen Wettbewerb 2,25 Millionen, neue Sponsorenangebot, da kümmern wir uns gleich, ja, Vereinsmuseum macht voll Lust, alte, bekannte Giao Moutinho freut sich über Mangaladi, die beiden kennen sich noch vom FC Porto, Varane ist über Mangala verärgert, na toll, gleich die neue Stamm in Verteidigung übereinander verärgert. Spieler sind froh über Lloris, alte, bekannte Cavallo freut sich über Varane, der wird ihn aus der Mannschaft drängen und er freut sich drüber, die beiden sind trotzdem schnell Freunde, das ist ganz gut. Alle Spieler sind über die Verpflichtung von Varane sehr froh, die Stimmung steigt um 2 Punkte, alle Spieler mit schlechter Moral gewinnen 5 Moralpunkte. Und die Spieler sind auch froh über Oliver Giroud, die Stimmung steigt weiter und auch alle Spieler mit schwacher Moral gewinnen, nochmal 5 Moralpunkte. Der FC Barcelona ist an der Börse, noch mehr Geld für den Klub aus Katalonien. Finale des Champions im Trophi de Champions Finale, treffen wir auf Olympique Marseille, den Pokalsieger. Pokalprämie 250.000 Euro da, 50.000 Euro für den Coupe de la Ligue und im Coupe National gibt es nochmal 25.000. Verlust von 48,11 Millionen. Ja und ihr seht es beim Transferbudget, minus 67,3 Millionen Euro. Da hat mich das voraussichtliche Transferbudget aber ganz schön hart veräppelt. Mit 117 Millionen, die da standen zum Ende der Saison. Das ist nicht der Fall. Das war eindeutig nicht der Fall und jetzt haben wir ein kleines Problem. Das ist ein Problem, dass wir da erstmal richtig arbeiten können, um das abzuändern. So, wir gucken mal in die Mannschaft. Da müssen wir ein bisschen aussortieren. Gleich erstmal Lourie natürlich ins Tor. Linksverteidiger, wir fangen mal mit Plany an in der Innenverteidigung dann. Varane und Mangala dürfen starten. Korsi ja dann auf der Rechtsverteidigerposition. Im Zentralen bleibt João Moutinho gesetzt. Dann Pogba im defensiven Mittelfeld. Wieso ist denn jetzt meine Taktik eigentlich hier eine andere? Wir gehen auf 4, 1, 1, 3, 1 zurück. Unser Meistersystem. Dann stimmt das auch hier mit Pogba auf der 6, Moutinho auf der 8. So, dann geht es weiter. Links Mittelfeld bleibt James Rodriguez. Offensiv in Grenier und Ocampos rechts. Ich muss mal ganz kurz gucken. James Rodriguez kann auch rechts spielen. Die Fähigkeiten sind gleich, die Eingespieltheit fehlt halt. Dann ändern wir das doch gleich mal, weil dann darf Nicolas Penedet links starten. Tut mir leid für Ocampos, den wird er auf der Bankplatz nehmen müssen. Umstorben natürlich mit Falcao. Dann stellen wir mal die Bank zusammen. Abidal für die Linksverteidigerposition. Rechtsverteidiger müssen wir einen holen. Ja, mit minus 67,3 Millionen wird das schwer werden. Wir gucken mal, ob hier wer kann. Isi Matmiri kann es nicht. Cavallo auch unzureichend. Martinez ebenfalls unzureichend. Ja, da müssen wir schauen, dass wir dann noch was rankriegen. Ja, Martinez und Isi Matmiri gehen dann auf die Bank. Auf der 6 Kondokby als Ersatzmann. Ocampos haben wir gesagt. Und Fred. Und im Sturm Oliver Giroud. Und dann müssen wir hier mal gucken, dass wir die nicht benötigten, beziehungsweise die, die sowieso keine Rolle spielen, in die Reserve verschieben und dann schnellstmöglich abgeben. Barasit muss auch gehen. Für ihn ist kein Platz mehr im Kader. Wir müssen das Transferbudget ausrechnen. Ndinga, ein guter Mann. Aber auch er muss gehen, der 25-Jährige. Eigentlich müsste ich Carrasco oder Sousa Eta abgeben. Sousa Eta hat sich nicht gut gemacht in der ersten Saison. Er muss leider wieder gehen. Einfach weil Nicolas Peneteu so riesenstark ist, der Links-Mittelfeldspieler, der aus der Jugendmannschaft kam. Ihn will ich fördern. Das tut mir leid für Sousa Eta. Und wird ein bisschen Verlust bedeuten. Und Borja Lopez. Entweder beweist er sich in der Reserve. Dafür ist er eigentlich zu teuer. Oder er geht. Die Reserve stellen wir auch mal neu auf. Roma bleibt im Tor. Der 39-Jährige Linksverteidiger wird dann Ciani. In der Innenverteidigung. Dann vorerst Tisseron, Borja Lopez, falls er nicht noch gehen sollte. Daniel Liri in der Rechtsverteidigung ist gesetzt. Zentral dann Bessin-Grand. Muss Jesse P. auf die 6 ausweichen. Im Links-Mittelfeld. Wen haben wir denn Links? Da haben wir auch keinen mehr. Florian Rauten. Den Mann, den wir beim Probetraining doch verpflichtet haben. Ich bin kein Fan davon, beim Probetraining Spieler zu verpflichten. Einfach weil es nicht ausgereift ist. Da kriegt man ja, wenn man eine gute Mannschaft zusammen hat, kann es sein, dass man schon mal einen 9-Sterne-Spieler kriegt. Mit Stärke 80 und das kann es ja nicht sein. Der würde nie und nimmer in den Regionen rumbolzen, dass man ihm ein Probetraining-Tag verpflichten kann. Auf der 10 bleibt dann Jakob Holzen, den wir auch noch abgeben wollen. Und im Rechtsmittelfeld Charles Lefebvre, bei dem das Spielerbild leider immer noch nicht hinhaut. Und im Sturm natürlich Anthony Martial. Auch wenn Pascal Marteau da stärker drauf ist. Ich will Martial fördern. Der hat es einfach verdient. Auf der Bank nehmen den Platz Kurzawa. Sisako und momentan noch Andrea Raggi. Ein Ding hat er auf Platz nehmen. Noch darf er Platz nehmen. Susa Eter, Barasit und dann natürlich Pascal Marteau. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir hier abgeben können. Sebastian Chabert. Er will nur zu einem großen Klub. Gibt es auch nicht. Hier nach Schottland. Team Born in Edinburgh. Der hat da bloß noch 45.000 Mark wert. Die verlangen wir auch bloß noch. Will keiner Gehäld. Der verdient ja fast eine halbe Million, dann darf er Ablöser freigehen, um das Gehalt zu sparen. Nabe Dira darf gehen. Und zwar schnell. 2,7 Millionen Nizza. Start My Heart kaum zum Aufsteiger. Dafür auch gerne. Dann kann ich ihn nicht mehr anbieten. Da ist es wieder. Manchmal ein bisschen noch verpackt der FM 13, muss man mal sagen. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Valenciennes. Mal ein bisschen die Liga stärken hier. Nantes. Nantes. Die werden sich alle melden. Barasit. Wo können wir ihn schicken? Zum Aufsteiger. Das ist bloß noch 1,1 Millionen wert. Aber die 1,1 Millionen würde ich doch gerne noch mitnehmen. Belgien. Was mit Brücke? Standard Lüttich. Auch nicht. Griechenland. Panathinaik aus Athen. Ja, wer muss ihn doch mal nehmen hier. Niederlande. Was mit Twente-Enskede? Groningen. Utrecht. Arnheim. Keiner will ihn haben. Den müssen wir doch irgendwo hin verschiffen können. Hier, Edinburgh. Everdeen meine ich. Jawohl. Susaeta. Da sollten wir doch Angebote kriegen. 7,5 Millionen marktwert. Das ist mal 8 Millionen fordernbar. Ja, gut. Die verhandeln ja gerade alle. Mit Nabe Dira. Sosho. Gebt dein Angebot ab. Gucken wir mal im Ausland. Belgien. Was mit Anderlecht. Die haben wohl nicht so viel Geld. Genauso ist das. Deutschland. Werder Bremen. Außerhalb des Transferbudgets. Keine 8 Millionen in Bremen über. Auch in Nürnberg nicht. Aber in Wolfsburg. Genau. Freiburg hat bestimmt... Doch. Freiburg hat 8 Millionen auf der Obenkante. Oder auch nicht. Da werden wir ja sehen, was sie anbieten. Ajax. Hat keine 8 Millionen. Aber Freiburg, okay. Mit Feyenoord. Kein Transferbudget. Tvente. Auch nicht. Galatasaray. Besiegt das Istanbul. Hat keine 8 Millionen. Galer wollte ihn nicht. Und Feyenoord nimmt ihn. Ja, komm. Einen nehmen wir noch. Einen nehmen wir noch mit rein. Sampdoria. Genua. Genau. So. Dann kann er ein bisschen verhandeln. Andrea Raghi. Eine Million wert. Nach so Show. Nein. Okay. Italien. Was mit Palermo? Kein Interesse. Bologna. Jawohl. Also es kommt doch noch ein bisschen Geld in die Kassen. FC Genua. Nicht. Okay. Siena. Auch nicht. Caviar Verona. Hellas Verona. Auch nicht. Belgien. Was mit Brücke? Oder Anderlecht. Kommt. Die können doch noch einen erfahrenen Mann gebrauchen. Die Schweiz. Zürich. Jawohl. Zürich hat ihn. Da haben wir zwei Vereine auch bei Raghi. Einen brauchen wir noch. Einen möchte ich gerne noch haben. In England nur zum Top-Club. Was mit Kaiserslautern? Nein. Gut. Einen in der zweiten Liga haben wir auch nicht. Besiegt das? Jawohl. Da haben wir den dritten. Das geht in Ordnung. So. Jakob Pausen. Der nächste. Hat bloß noch 650.000 Euro Markwert. Kopenhagen. Möchte ihn nicht. La Coruña. Auch nicht. Wir machen mal einen Spieleragenten hier bei Jakob Pausen. Wer war es noch? Borja Lopez. 1,9 Millionen. Den können wir nur verleihen. Das machen wir. Mit Kaufoption von 2 Millionen nach Cannes. Nach Cannes. Nach Cannes genau. Die nehmen es auch so hin. Hat man noch einen. Dinger. Der ist ein bisschen mehr wert. 4 Millionen. Nach Bordeaux. Haben keine 4 Millionen. Nach Marseille. Nicht interessiert. Nicht interessiert. Was mit Lille. Montpellier. Irgendwer muss ihn noch nehmen. Nizza. Jawohl. Toulouse. So. Schon noch dazu. So. 5 Vereine hätte ich da gerne. 4 haben wir. Ajaxio. Ist der 4. Und der 5. Wird. Saint-Étienne. Nein. Valenciennes. Jawohl. Gut. Da haben wir das auch. Können wir da mal ganz kurz schauen. Sind 14, 12, 14. Also 15 knapp. 16. 16,5 Millionen. Die wir da einspielen. Das ist nicht viel. Ja. Wir werden erstmal die Forderungen alle erhöhen. Wir geben die Spieler hier nicht ab. Versicherung kommt natürlich dazu. Vertrag verlängern von Anthony Plany. Ich möchte Optionen. Er kriegt zwar auch eine 2-Jahres-Option. Aber meine sollen bitte auch gegeben sein. Die 3 Jahre. 4-Jahres-Vertrag soll unterschreiben. 1,5 Millionen soll er verdienen. Das ist ungefähr das Niveau, was ein 19-Jähriger doch verdienen kann. Penetheut kriegt 2,4. Ja. Teurer Jugendspieler, den wir da hochgezogen haben. Aber was soll man machen? Ja. Ganz so seine Laie würde enden. Da muss man schauen. Die 9,5. Um ihn zu verpflichten. Haben wir momentan nicht. Wir sehen was. 9,5 Kaufoptionen. Und wir brauchen noch einen Rechtsverteidiger. Vielleicht gibt es ja was Ablösefreies. Spieler suchen. Stärke sollte schon mindestens 71 sein. Wir spielen jetzt Champions League. Also muss da ein bisschen was gehen. Ja, die Größe spielt im FM keine Rolle. Und hier haben wir einige. Keinen Ablösefreien. Vielleicht kann man wen leihen. Vielleicht kriegen wir einen Spieler geliehen. Ah, das wird ganz, ganz schwer. Das wird richtig schwer. Dort einen zu finden, den wir leihen können. Das ist mit Glenn Johnson. Will man nicht abgehen, weil er zu wertvoll für das Team ist. Was ein Quatsch. So, Valencia hat hier Zabaleta. Vielleicht kriegen wir Gio Pereira geliehen. Nein, auch er gilt als zu wertvoll. Ah, Fabinho wäre so göttlich. Wir können ja ein Angebot. Können wir nicht. Weil das Transferbudget einfach zu deutlich überschritten ist. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Erstmal hier noch Bandenwerbung. Gut, das haben wir bekommen. Und dann hier. Vodafone möchte gerne für zwei Jahre. 70.000. Liegt glaube ich über dem Rest. Ja, so ist das. Kann man also mitnehmen. Und dann müssen wir mal die Vorbereitung planen. Am Samstag gibt es auch gleich mal ein Freundschaftsspiel. Da haben wir auch keinen. Ich habe ja nicht mehr Lingen ausgewählt. Wir fahren nach Ajaxio zum ersten Testspiel. Dann machen wir das zweite Testspiel in Parma. Ja, das ist doch gut. Beim FC Parma. Dann gibt es noch den provisorischen Lactat-Test. Dann geht es am Montag ins Trainingslager. Entweder nach Dubai oder nach Donau-Esching. Machen wir es. Da ist Donau-Esching. Und wir nehmen Donau-Esching. Nicht so weit die Flugkosten. Und wir haben deutsche Gegner. Das ist gut. Augsburg wäre da zum Beispiel einer. Oder Leverkusen. Ja, wir fangen erstmal leicht an mit Augsburg. Dann gibt es da ab Mittwoch noch ein schönes. Gegen alle meine Arten können wir da gerne spielen. Dem Traditionsverein leider passen ja nicht so viele rein. Und hier geht es dann gegen Schalke 04, den Europa League spielen. Nochmal als Härtetest. Dann geht es schon gegen Marseille. Dann machen wir hier am Donnerstag nochmal eins. Gegen Paris. Nein, Moment. Da laden wir uns einen ein. In Stade Louis-Dieu zur Saisoneröffnung. Und wenn es geht den Champions-League-Sieger vom FC Bayern. Am Freitag gibt es dann die obligatorische Saisoneröffnungsfeier. Und bis dahin sollten wir auch mal ein bisschen runter sein von den 67,3 Millionen Euro Minus beim Transferbudget. Aber darum kümmern wir uns ab der nächsten Folge. Also in diesem Sinne, euer DKJP. Bis dann. Bis dann. Bis dann.